Wo sind Freigängerkatzen unterwegs, wenn sie sich völlig unbeobachtet fühlen? Ein ungewöhnliches GPS-Projekt soll jetzt Licht ins Dunkel bringen. Folgt Felix ist ein Projekt, mit dem wir herausfinden möchten, wo kleine Racker streuen. Ich denke, es ist interessant für jeden Katzenbesitzer, der eine Freigängerkatze hat, zu erfahren, was die Katze auf den Streifzügen so erlebt und unternimmt. Wir wollen sehen, welche Kilometer sie zurücklegen, ob sie sich in einem engen oder in einem breiten Radius bewegen. Mit wem sie sich treffen, was sie für Freundschaften pflegen, ob sie Freundschaften pflegen. Schauplatz des Projekts, die Stadt Euskirchen, sitzt der Nestle Purina Petcare Deutschland GmbH und Heimat zahlreicher Freigängerkatzen. Euskirchen ist eine der Städte mit der größten Katzendichte in Deutschland. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, das Projekt hier durchzuführen. Wir haben nach Teilnehmern gesucht, die an dem Projekt interessiert sind. Wir hatten an die 100 Bewerbungen, was uns natürlich total gefreut hat. Von diesen 100 Katzenbesitzern haben wir am Ende 50 Katzen ausgewählt, denen wir ein GPS-Tracking-Gerät mitgegeben haben. Mehr als drei Wochen lang werden die Katzen das GPS-Gerät bei ihren Streifzügen tragen. Der GPS-Sender ist auf einem Katzengeschirr angebracht. So kann man genau sehen, welche Katze wo wie lange unterwegs war. Auf einer eigenen Folgt-Felix-Internet-Seite werden die Ergebnisse des Experiments täglich präsentiert. Und das ist noch nicht alles. Auf der Seite hat jede Katze ihr eigenes Profil. So können sich die Katzenbesitzer, deren Katzen teilnehmen, natürlich leicht zurechtfinden und ihre Katze unter den vielen Katzen herausfinden. Aber auch für andere Katzenfans ist es so möglich, an den Streifzügen der Katzen teilzuhaben. Für die teilnehmenden Katzen gibt es verschiedene Abzeichen. Zum Beispiel für die Katze, die den längsten Weg zurückgelegt hat oder die faulste Katze kann ein Abzeichen gewinnen, die es in Gold, Silber und Bronze gibt. Zusätzlich wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem unsere Katzenfans einen Tipp abgeben können, welche Katze am Ende der Testperiode mit welchem Abzeichen nach Hause gehen wird. Raten Sie mit, welche Katze welches Abzeichen holt und gewinnen Sie einen Jahresvorrat Felix. Was erleben die cleveren Racker alles auf ihren Touren? Wo treffen sie sich für ihre Abenteuer am liebsten? Kurz, was treiben die kleinen Schlingel alles, wenn wir nicht dabei sind? Das innovative Projekt ist vor allem eins. Typisch Felix. Also für uns ist die Beziehung zwischen Mensch und Haustier besonders wichtig. Und wir versuchen immer mehr herauszufinden, was das Besondere an diesen Beziehungen ist und wie wir das Leben von Menschen und ihren Haustieren bereichern können. Zum anderen möchten wir natürlich auch gerne das Leben von Katzenmenschen näher bringen und die Faszination, die wir für Katzen haben, teilen. Wir sind natürlich sehr gespannt auf die Resultate des Projekts, auch um unsere Neugier stillen zu können, was denn die Freigängerkatzen so auf ihren nächtlichen und täglichen Streifzügen erleben. Und wir wissen noch gar nicht genau, was uns erwartet, aber am Ende werden wir uns sicherlich freuen und ganz viele neue Erkenntnisse ziehen können. Wir sind echt gespannt auf die Ergebnisse. Folgt Felix. Folgen Sie mit.